Wenn wir oben landen Fatsch Wenn wir alle oben landen, dann näht der eigentlich Hallo Die Runde ist eigentlich schnell vorbei Dann ist es schnell vorbei, ja Ja, oben auf dem Dach Ist auch Renetti Ist auch Renetti, damit wir nur noch fehlende Chancen haben Mit Telemaglan Jo Ich dachte wunderbar, dass ich hier für eine geile Waffe habe Das ist die absolute Hotze Klaus Waffe Mann, geht doch noch rauf Geht doch Mein sagt oben landen, das ist eine geile Idee Ja, na klar Ist auch besser, weil da ist man gleich als Team Wirklich in eben Highground ist halt wichtig Genau Ist aber ein geiler Blick hier von ihm Muss man sagen Muss ich mal clip gucken Oha, geil Oben Anbau Hier Oben Hier Oben, glaube ich Hm Ne Der ist vollgestankt Es ist doch nicht wahr Ja Super Genau an der selben Stelle Ja ja Dreimal ist mir das schon passiert Dachte Ja gut, jetzt kann ja nichts mehr schief gehen Aber Vielleicht hat er doch schon eigene Waffen Oder? Oder Ach ne, die liegt hier auch rum, oder? Oder Ne, hier liegt so eine Spezialwaffe rum Sonst blinkt das doch immer Wenn es dauerhaft leuchtet, ist das Pogger 1 Ja Outsch Oh, Sniperner vom Greenhouse Kann man eine Drohne holen? Ja Wow, der Klasse Äh, der, 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 der Prezi Der war auf dem Scheiß, der Geil Deck mich am Arsch Jo Jo Hm, wohin? Kann ich hier unten antippen kommen? Vorher weiter hin? Ja Unterfrage Ach, oben ist Ich bin ja auch relativ sicher, denke ich mal Ja, im Grund von irgendwo Headquarter oder sowas Ach, sorry Ach, sorry Ach, sorry Ach, sorry Ach, sorry Bist du eine dumme Sau Hier unten ist einer Einer, aber orange Ist eh einer alleine Was denn? So, wo jemand zu den Zehn holen Ich bin ja jetzt orange Mach den Leder, ist immer noch da Den Ficken Tötet uns alle vier wahrscheinlich Ach, schon, der das nochmal gesagt hat, Jani Schau mal, Konni gesagt Der war aufgespielt Nee Konni hat gesagt Ja, lass die Ficken Dann sag mal, Feuerern und gestorben Ach, schön Weil alle anderen hatten ein echt gutes Skill Aber er nicht Also, ich wohne ja, aber er hatte mal gesagt Ficken, wenn er nichts gemacht hat Doch, hat er wirklich Ficken So, wo du Das ist in Kohle, lass ich nochmal da drohne rein Mhm Sichtkontakt, Sichtkontakt Fick, Cas, kommt her Neue Sicherheitszone wird makiert Erbündete Zoneländer Nein, auch Das ist schon wieder drin Häuschen Halt Ja, mit nem Häuschen Hält war noch geld geld macht dann eigentlich an mit dem auto führerschein hast jetzt im spiel fahren kannst du aus wie ein flipper auf der karte jetzt ist er hier über uns ja der wird auch hier oben auf klettern wahrscheinlich so vorsichtig sein ja ja na klar k.o. den da oben da das kriegen wir bestätigt so direkt über uns ganz oben das ist ja mal angreifen oder links von der linken flanke kommen noch zwei hinter uns ah, shield break scheiße ja, oder? der finish nicht runter vom dach hier erstmal ich bin erstmal runtergesprungen man da ist, glaube ich, innerbar ja shit mann ja wenn ihr snipet hast du es ja nie? ja ihr habt ja drei leute, oder? nein, dieser Mann und da wieder der Mann Mann, ey will ich auch haben müssen, ey, klar genau über mir sind die hier hier unten am Eingang NKO am Innenhof hier vorne Tod Todelick Über uns sind noch zwei Auf dem Dach die Gammeln Oh fuck hier sind wir da unten drin Alter kommt ein ganzes Team noch Ach du Schresse Nein Oh ich bin gestunt scheiße Ich war gestunt Shit Mist Ah fuck ey Die sind ja übel schnell down mit der Bullfucker Äh mit der Beißen Gott sei Dank in meinem Deck hier noch schicker Kommen wir nochmal rein Zwei Kills Also das kann ich ja kein Zeichen Ach nee Ist schon genau auf dem Dach Kommen wir hier in die Hütte vielleicht nochmal rein Und dann greif jemand zu Vorrücken zu meinem Weg rum Ii Bäh Oh ja so ein Gastro hier noch gefunden Das ist schon stark echt Ja Das könnte nochmal wichtig Wichtig werden Das gibt es nicht ey Und jetzt holt mich wirklich der Typ Rücke zum Feind vor Scheiße ist das die Affen jetzt Weil von hier kommen Ben Eckgebäude Sniped Einer vorsichtig Ich werde hier wahrscheinlich nicht mehr rüber kommen Zeig mal dein bestes Movement Auf die anderen da schießen Die Idioten Geiler Typ So jetzt werden wir gleich das Gas Ding hier hinstellen Ja Klar noch nicht Nein Noch nicht Wir können ja hier noch in der Ecke bleiben Jaja das wäre sicher Das ist so dumm Ja Wollen wir das jetzt machen oder Die Faden Ja Ich leg's jetzt hier hin gleich Wenn die Zone kommt Gott oh Gott Dann guckst du ja eh nebenher Ich leg das an Das Shitbrake ist weh Ja die ist echt ganz gut eigentlich Die KG Mach die Die Auch nur einer Shit Wart dann kann man nach Hause machen Ja man Richtig viele noch gewesen Ja hier sind immer alle gewesen Scheide Wart dann hab ich denn gespielt Ach XM Ne XM4 Mit der Typ 100 Hei gespielt Ja genau Richtig Typ 100 Typ 100